Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Okay. Oh mein Gott, Alter. Kommt ihr zur Kirche? Jupp. Boah, auf dem Weg zur Kirche sind 1000 Zombies wegen dir. Ja, ist nicht mehr. Äh, wie viel von uns sind denn hier auf dem Server? Drei. Vier. Sieben Leute sind da auf dem Server. Ja, vier. Andere, ne? Ne, drei andere. Wenn du jetzt noch drauf kommst. Bin drauf. Ja, dann noch drei andere. Boah, diese Lecks sind so geil. Also, ich hab, also, ich hab zwei Freunde auf dem Server, so. Ja, wir sind zerfährt auf jeden Fall. Oh Gott. Ihr seid noch nicht im Mischkino? In der Zeltstadt? Ne, ist er. Gut, dann schließe ich Nils überlaufen. Da sind zwei. Wirst du noch bei der Kirche? Ja. Ich komm da jetzt hin. Oh, da bist du schon oben. Ne, gar nicht, das ist ein Zombie. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Äh, neben der Kirche. An dem Haus. Sollen wir uns an der Tanke treffen? Hier sind überall Zombies halt. Ja, kommt einfach zur Kirche. Ja, wir sind da schon. Zombies halt hier, ne? Äh, hier. Ja. Wir müssen da hier hoch links. Ja, komm mal her. Ich will euch was zeigen. Jetzt kommt's. Wollt ihr was lustiges sehen? Dein Lümmel. Ich hab grad verstecken gespielt mit den Zombies. Wir schauen mal. Okay, jetzt sind's alle da drin, oder? Und? Warte. Ah, Hilfe! Wie, mach die Robo? Mach mal die andere Tür auch auf. Mach mal die andere Tür auch auf hier gegenüber. Schau, 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 schau. Das hättest du in der Zeltstammlung müssen alle. Jetzt alle da hinlucken. Da oben. Schau mal, wie viele sind jetzt schon mal hinter. Du blutest, ne? Ja, ich weiß. Schau mal hinter. Schau weiter. Dann ist jetzt, glaub ich, auch so ein Daisy-Dingens-Moment, den wir teilen können auf unserem Kanal. Ja, ne? Lustig, lustig. Oh mein Gott, ich fantagiere mich. Die kommen alle. Da oben ist auch noch einer, der kommt. Ja, die triggert an ihnen alle. Ich hab gestern Morgen mit Zanki gespielt, ne? Echt? Ja, ja, ich hab in Elektro, hab ich im kleinen, äh, schwarzen Haus, weißt du, da wo die drei, äh, das Haus mit den drei Zimmern, wo ein Zimmer rechts, eins in der, äh, zwei Zimmern, eins rechts, eins links ist. Mhm. In der Mitte dieser kleine Flur. Da hab ich acht Zombies drinnen eingesperrt und dann hab ich bei mir gesagt, da drinnen liegt ganz viel Loot und der ist so blöd und rennt da rein. Warum verfolgen wir zehn? Warum verfolgen wir zehn? Ja, ne, der hat von fünf Zombies gleichzeitig eine geknallt gekriegt und lag an ganz Schuss im Flur. Sind die beiden Spieler noch in der Zeltstadt? Ja, äh, ich seh sie nicht mehr. Müsste man eigentlich mit so Garagen machen. In zwei, in zwei Garagen, wenn drei nebeneinander sind, äh, Zombies reinpacken und in eine nicht. Da haben wir alle gemacht und, äh, wir haben dann, äh, Bambis gefangen und den Sack übern Kopf gezogen und dann haben wir gespielt in einem Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Mhm. Und dann gehen wir auf komplett leeren Server rauf und, äh, nur zum Looten, ne? Und, äh, also wir waren wirklich nur zu zweit auf dem Server. Dann ist einer gejoint, ich schieße ihn im Mischkino übern Haufen. Fünf Minuten später joint einer, ich schieße ihn wieder, äh, schieße den nächsten übern Haufen. Und der Spielchen ging so sechsmal. Und einen hat Zanki sich vorgenommen. Also wir haben es nicht mal geschafft, das Zeltlager ganz und gar zu looten, immer wieder kam ein neuer. Warum seid ihr eigentlich schon wieder voll equipped und die sehen so behindert aus? Äh, äh, hat jemand einen Celine? Ne. Celine Bag? Räuchte mal eins im Spring Grau. Verstecken mit den Zombies war nicht so gut. Mhm. Mit denen kann es Polonaise machen und die im Kreis laufen lassen. Hm. Ja, ging schwer. Schwer laufen. Haben ein bisschen blockiert. Haben sich breiter gemacht als sie waren. Äh, mit Alk und Drogen, oder? Ja, auch wahrscheinlich. Deswegen sahen sie so aus, aber ich wurde jetzt zurückgeportet. Reicht's. Wo sollen unsere Base nochmal sein? Noch nicht hier. Wir sind gleich erst in der Zeltstadt. Oh, schade. Die Base ist ungefähr zehn Minuten dann weg. Hab mich schon gefreut. Mhm. Den Stuff, den wir dann immer so mitnehmen. Den tun wir dann auch immer da rein schön. Mhm. Und dann haben wir immer schön was für zwischendurch. Mhm. 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 Ich hab zwei schöne Bums-Apparate. Bums-Apparate? Ja, richtig gute Bums-Apparate. Mhm. Pristine Landminen. Mhm. Alter, die machen so einen Spaß. Ich bin richtig klein. Boah! äh, sagt Bescheid wenn ihr hier nach Mischkino reinkommt, ne ich bin echt schießwütig nope wo ist ein PJ jetzt schon wieder? rechts von uns oh rettet durch die Bücher das ist ein Militär-Camp, was haben hier Hühner verloren? so wie Apokalypse, aber überall Hühner links kommt schon das ganze Essen aus den Futterhäusern daher äh, wenn ihr nur mit Gorka-Klamotten rumlauft, ne dann kriegt ihr den, äh, Overheating-Bug nicht sicher? ja ich hab gemerkt, wenn ich Oberteil ausziehe, geht's auch wenn du nur in Gorka-Klamotten rumlaust, kriegst du es erst gar nicht okay wir sind jetzt da in einer Minute in der Zeltstadt schon an keiner hatten na, der ist schon ein Zombie glaub ich äh, wie es aussieht, haben sie sich hier das beste Loot gekrallt und sind dann wieder ausgelockt ich bin jetzt wieder da ich lock mich mal aus, ich geh immer aufs Klo war nicht so laut Rigs liegen noch ähm, ich habe hier, falls irgendeiner braucht, 7.62 x 54 mm 22, äh, Rons oder 20, Rons das ist Mosi-Moni, ne und davon habe ich mehr als genug, davon habe ich über 200 Schuss auftage oh, wir haben Lager, sicher ich hab das hier ja, ja ooooooo, RIV-Optics war Rotpunkt-Visier, oder? wie bitte? doch, RIV-Optics war Rotpunkt-Visier, oder? ja, glaub schon braucht er denn ne Batterie? ne brauchst du ne M4, oder was? ich hab ne M4 und ne Mosi, ja brauchst du noch 15 Schuss für die M4? könnte ich gebrauchen, ja ich bin hier neben dir, glaub ich wo bist du? noch an dem Zelt? ich bin immer noch im Zelt, ich fress grad ein paar Äpfel, damit ich das Visier mitnehmen kann schläge ich das mal hin das Magazin kriegt ne AK-74 gebrochen erst mal hier im Umfang 90.000 Mosi-Money hier mit dem Overheating-Bug bist du dir sicher, dass das ein Gorka nicht ist? MP5 hat keine Ahnung ne nicht mehr ich hab sie weggedonnert da ist ein Druck da ist ein Druck ja, die Gruppe kannst du stehen lassen den kannst du knicken, das scheiß Ding so sieht der da aus dass du nicht knicken kannst das ist schon rostig damit kommst du nicht von der Stelle, selbst nicht mit 4 pristine Reifen wir sind noch ein paar Westen ja, ich könnte eine gebrauchen die oberen nehm ich mal daten 3 so fällig ne Highcap Weste? ne ne, nur diese Astold Mosi-Money? ich glaub die war auch keiner mehr naja naja, ich hab ne Mosin, aber ich hätte gerne einen P.U. Scoop dafür ich soll ja an den Hochständen gucken hab ich eigentlich immer ein Double Carry kannst du hochgucken oh was alter? woher kommt der denn her? oh ein Sposen Tortilla Backpack 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 hier ist noch AK Money, AK-74 warum nicht mehr mit? gibt da zwei Macs für? ich auch mittlerweile das ist schön ne Shotgun auch kleiner glaub ich ne, ne AK-101 hätte ich gerne die hab ich nur im Lager die hab ich nur im Lager oh, soll ich schon ne M4 jo aber wenn ich ne AK-101 krieg, dann nehm ich die M4 ach ne ach ne ich schmeiß die nicht mehr für ne für ne für ne AK-101 weg weil das scheiß äh PSO One Scope kannst du ja nur noch auf äh 400 Meter Siron nicht mehr auf 11 ich hab hier eine AK-74 U mit Suppresso wenn du die nicht willst nehm ich sie nehm ich sie ich find die cool also ich spiel am liebsten Blaze und AK-74 U das ist mein Lieb ich will willst du sie haben oder soll ich sie nehmen? du kannst sie haben, mir ist ja egal da ist auch schon ein Magazin drin hab ich für dich reingemacht aber es sind nur 7 Schuss drin äh das ist doch kein Thema wo bist denn du? ähm bei den ganzen LKW WACs hier vorne ziemlich weit vorne eigentlich hier weit vorne meint's am Ende oder? ist das ein Zambulant-Spieler da oben im Wald ich bring sie einfach zu dir sag mal vorsichtig okay kann sein dass hier einer ist ich will das nicht so genau oben im Wald Richtung Mischkino der Berg hinter den Tarn ungefähr wo? äh weißt du wo die äh du weißt wo das Panzerwrack ist? ja Panzerwrack ungefähr ein Stückchen rechts davon äh in den Wald hoch da hinter den Tarn lass mal beim LKW treffen ne? beim V3S ähm ja hier sind mehrere von dem Monsterswrack ja ne das ist also nicht das Wachsum V3S Ding nur hat ich hab noch ne AKS gefunden mit so einer nicht willst du oder? weiß ich nicht ja warum nicht wo bist du denn jetzt? ähm im Zelt komm wo ist denn der V3S? der zeigt sich nicht mehr der ist ein äh äh hintern äh hinter eine Tarnel ich hab dir hat einen von uns gesehen war kein Zahn wie das war ein Spieler wo bist du denn? komm mal zur Rundenbarrecke da ich? ja ich glaub da bist du schon bleib stehen warte kurz was essen kurz was essen so hab ich dir hier leg ich dir am Eingang hin ja da drinnen sind auch noch Waffen wenn du eine willst ne? da hast du auch noch AKS weiss ja nicht nehm doch auch einen am besten ja aber wo kann man jetzt hin dafür hier 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 oh danke du sollst ja nicht scheitern du musst noch Munition dafür ja jetzt hab ich wenigstens ne Chance können wir noch ein bisschen Muni geben wenn du willst ja reicht erstmal ok wo ist unser PJ? ich glaub der hat ausgelockt ja warum? der wollte sich da einschütteln ja genau so alter brennen mir die Füße der Spiel auch nochmal gesehen kurz äh hinter der Tanne wieder war ein bisschen Bewegung ich weiß bin mir nicht sicher ob es ein Spieler oder ein Zombie ist das hat sich komisch bewegt ich weiß halt nicht wo genau du meinst hast du ein Visier? in der grünen Tanne grösses hast du ein großes Visier um zu gucken? oder? äh ja Elko ja ich hab hier halt ne Hunting Scope hier ist ne Grenade dann speck mal die Baumreihe ab das mach ich gerade ist ein Zombie ist ein Zombie ist ein Zombie ist ein Zombie ok der taumelt da das war nur ein Zombie könntest du die Hochstände mal abgucken? ja könnte ich sofort machen bei Waffen ist das echt scheiße ja vor allem verlierst du da nur eine ne Pech hast ne Pech hast ey oh schau da krieg ich jetzt gleich so nen Headshot ey und dann braucht ihr noch bis jetzt zum Lager kommt weißt doch nicht ne komm mal das wir jetzt gleich losgehen ja können wir machen weil wir hier fertig sind ich bin ja jetzt aktuell im VIVOR und dann sind wir in 10 Minuten da wenn wir jetzt gleich loslaufen das aber vorher noch treffen ich weiß nämlich überhaupt nicht wohin hier bleib hier hast du schon eins gefunden? ne 2 also hier auf diesen Hochstellen sind eigentlich immer 2 drauf also hab ich gemerkt erstmal find ich 2 PU Scopes kannst du eins mitnehmen? mein Inventar ist rappelvoll oder war ich erst schnell 2 Äpfel ich glaubte ich kann's auch mitnehmen mitnehmen nicht ja schnell ok ich bräuchte noch ne Kohler Sonnenbrille ja das wär mal ne geile Idee die bräuchte ich auch bitte aber die findest du meistens in den äh in den Baracken die coolen ja so ne Pilotenbrille wär immer geil ne ja die liegen immer in den in den Baracken in äh sag schnell hier ach komm nicht auf den Namen Militärbaracken Militärbaracken ja Militärbase äh Vibor oder hier in Zelenow die äh äh in der kleinen Millibase die beiden Baracken mhm also nicht die mit den Doppelbetten sondern na doch Doppelbette sind da auch drauf aber die mit dem äh mit dem kleinen Badezimmer da am Anfang links die alten Baracken nicht die neuen na hier ist ein äh 3 30er-Round 5,56 Millimeter C-Mac ja das ist M4 Moni ist zwar leer aber würde ich trotzdem mal mitnehmen für Base mal brauchst du gar nicht ich hab noch eins eigentlich nur 60er Mac fast ne ne das ist ein AK-101 Mac was er hat kannst du mitnehmen das hab ich schon weggeschmissen ich weiß nicht wohin ja ich hab auch einen zur Not noch also ich glaub wir haben da oben auch noch noch einen Bipot nehme ich auch hinfand hier Schlendris Granate ich hab noch so einen äh PSO 1-1 Coop mitgenommen ja ich fände die jetzt mittlerweile scheiße ja oder ja weil du es nur noch auf 400 Meter Sierung kannst falls mal einer Bock drauf hat also das war mal mein eins meiner Favoriten aber dann äh das ist doch standardmäßig auch auf der SVD drauf ne äh ja und auf der VSS auch stimmt auf der VSS auch wir haben ja zwei VSS im ja ich spiel die nicht die ist absolut kacke die Waffe ich findest eh kaum Muni in der 06 irgendwie dafür ja hab die noch nicht gefunden stimmt ich hab auch noch keine Muni dafür gefunden AK-101 Munition soll ich mal mitnehmen ja klar AK-101 Munition ist äh M4 Muni ja immer mitnehmen das ist das ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann mich auch mal mitnehmen rum oder können wir nicht sagen dass sie keine rumliegt also von mir aus können wir gleich weiter ich weiß was ein pg ist in den die musik nur noch fünf schuss rein ja schon immer so ja nein was sks von zehn schuss doch ach doch ja stimmt außenländische klamotten oder so wenn du mir mitbringen kannst bringen alles mit so viel platz habe ich nicht mal jetzt hier einer der so anziehen muss ja vielleicht einer von dem platz sonst findest du eher viel direkt und rot wir brauchen nur ne Weste und nen anderen Rucksack Westen liegen vorne eigentlich ja ich bin ja nicht bei euch ja Westen liegen doch im Lager alter da hab ich doch so viele hingeschmissen ich hab sogar ne OMP gefunden und nen Hut diese Dschungelhüte da find ich voll awesome ne was für nen Hut ja kein Helm diese Bonis hier ist noch ne Knarre FNX45 mit Magazin drin ja nochmal Magazin haben wir tausende Stück da ja das haben wir eins mehr da ist das schon am Anfang mal mit Rüstverbot 40er ACP ne hat es noch eine Pistole braucht äh kann ich ihm eine geben ja ich kennst du die Gebrauch aber jetzt gerade nicht oder doch CR1911 halt weil die könnte ich wegschmeißen ich hab ne CR75 mit Flashback dran und ne FNX45 beides mit Magazin drin da liegt ein Baum auf der Straße mhm und ein MP3 so grad zu mir dann geben so von mir aus kann man los ja ich war das mit PJ weiß ich nicht ja wer weiß wenn er jetzt nicht kommt dann ich hab jetzt auch keinen Bock hier 2 Stunden zu warten ne ist gefährlich auf dem leeren Server ja da lockt sich einer ein stellt sich zwischen uns und wir sind all unser Gear los na ja einer gegen 4-5 Stück hier boah das geht ruck-tuck ne ja äh wenn sich jetzt hier einer mit Militärklamotten einloggt dann schieß ich nicht gleich drauf weil ich denke da seid ihr äh ich weiß gar nicht wo seid ihr jetzt gerade ähm ähm nördlicher Teil vom Zeltlager quasi gegenüber von da wo wir reingekommen sind nördlich in den Zelten war ich schon drin PG ja hier spawnt ja immer neuer Loot ab und zu nördlicher Teil vom Zeltstadt wie bitte? da musst Loot-Bug machen muss alles rausräumen ich bin den Tau ich nicht erschrecken einzelne Sachen spawnen nicht mehr nach doch doch hab ich schon gemerkt letzte mal als wir hier waren da haben wir den Loot-Tour mit Bus gemacht da bin ich ab und zu mal Zelte durchgegangen hab so 10 Minuten gewartet wieder Zelte durchgegangen da war wieder neuer Loot drin auch klar kannst du auch alles rausräumen dann und noch mehr nach ich hab das in der Nut 58 hab ich das immer gemacht da bin ich grundsätzlich auf einen komplett leeren Server raufgegangen bin dann ans Airfield hochgegangen hab mich im Bunker reingestellt und ich hab keine 5 Minuten gewartet da kam schon der erste und wollte die Baracke den Loot-Bug in der Baracke machen Weichen abgeknallt so hab ich am Tag bestimmt 1-200 Leute getötet das war voll geil wo bist du jetzt? ja wollte ich auch grad fahren sag doch nicht na dann immer noch nördlicher Teil vom Zeltlager vom Zeltlager warte 1911 war mal weg muss mal gucken wo die ist da nicht vor dir den den